So Leute, wir sind jetzt in Edeka und wir machen wieder mit Jason ein neues Vlog. Das ist Teil 14 mit diesen Menschen hier, die oft nicht zukommen. Wie immer. Ja. Und ich hole wieder Booster, ihr wisst ihr. Aber dieses Mal ein ganz anderes Geschmack. Kirsche. Why? Es soll angeblich lecker schmecken. Meiner Meinung nach schmeckt auf jeden Fall sehr. Also ich mag das. Das schmeckt echt. Ich bin nicht sicher. Ja Leute, wir holen auf jeden Fall das. Also ich hole das. Ich weiß nicht, was Jason holt. Ich auch nicht. Oh, okay. Und ja. So Leute, wir haben uns jetzt Booster XXL gekauft. Ich habe die Kirsche nicht gekauft, weil ihr wisst ja, das ist selten. Gibt es im Handel vielleicht nur zwei Wochen pro Jahr. Und da habe ich einfach das geholt als die Kirsche. Aber die Kirsche hole ich mir einfach das nächste Mal, wenn die nicht mehr gibt. Und ja. Und ich habe mir das hier gekauft. Ja. Schmeckt auch lecker. Ja. Ich wusste nämlich nicht, was ich kaufen soll. Und da dachte ich mir, ich kaufe einfach das. Mal gesund ernähren hier, ne? Ja, du auch, ne? Ne? Du bist wohl nicht besser damit, ne? Ich bin gesund ernährt. Siehst du nicht dieses Sixpack hier? Ja, einmal kann man ja kaufen. Ja, ne? So Leute, tut mir leid, wenn ihr auf diesen schwarzen Punkt auf meinen Zahn seht. Das ist kein Schmutz oder so. Meine Sehne sind immer gereinigt. Ihr wisst ja Bescheid schon. In jedem Vlog putze ich meine Sehne. Das ist so ein Loch, Digga. Am 23. Dienstag ist es nächste Woche. Da habe ich ja Sanat's Termin. Dann ist dieses Loch endlich mal auch weg. Ja. Das tut auch extrem weh, ne? Jason kann beweisen, wie weh es tut. Ja, putzen musst du halt noch lernen, ne? Ja, ich putze. Spass. Guten Tag jetzt, ne? Lern du mal auch, ne? Ja. Ich putze, ne? Ich putze gleich, ne? Ja, guck mal bei dir. In der Kamara, ne? Hm. Tamambiro. Und Leute, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, das Video liken, mit euren Freunden, Familien teilen und wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind jetzt im Kanal. Also auf der Brücke drauf. Ihr wisst, ich habe vor den Brücken sehr, sehr Angst. Kann ich auch nicht sagen, hier nicht? Dann bleibt der andere da nicht auffallen. Ja Leute, hier sieht es wie immer langweilig aus. Danke. Spass sieht halt voll schön aus eigentlich, aber auch langweilig irgendwie. Ja, irgendwie schon. Jetzt auf der anderen Seite von der Brücke. Brücke, ja. Und jetzt haben wir hier Autobahn. Auf jeden Fall sieht es hier sehr schmackhaft aus, auf der anderen Seite auch. Wir befinden uns wie immer bei Kanalberg und jetzt gleich gehen wir auf den Kanal hoch. Kanalberg hoch. Lass mal da hochgehen. Ey. Ich habe nicht mal Eier hier zu stehen. Wie soll ich da hochgehen? Das ist locker. So 100 Meter ohne Leid. Das ist größer als Spendertum, ne? Nein, eigentlich nicht. Spass, Digga. Na klar ist das nicht größer. Ich habe mal ein bisschen. Ich habe da nicht mal so viel Geld. Und ja. So Leute, wir sind jetzt auf dem Berg oben. Wir sehen, dass du wieder die ganze Zeit sagst so Leute, ne? Ja. Ich sage wieder mal so. So Leute, so Leute, so Leute, so Leute, so Leute, so Leute. So sieht das ganze Nürnberg hier aus. Also nicht die ganze Nürnberg, aber die Hälfte Nürnberg kann sie ja auch so hier so filmen. Ganz bestimmt nicht. Spaß. Wunderschön, ne? Dann hier, da gibt es auch noch was. Ja, finde ich auch. Leute, guck dir das mal an. So ein Minidorf ist das? Genau, Björn. Und hier sieht das wie Menschenmasse, Wohnungenmasse, Firmenmasse aus, Digga. Was ist das? Da ist hier Haus zu Haus gebaut. Haus, Haus, Haus. Wallah. Wallah. Ah, hier ist meine Firma, ne? Für Musik, äh, Produktion. Und da ist meine ganz alte Schule, da habe ich auch Video gedreht, ne? Könnt ihr auch mal checken. Amberger, ne? Ja, Amberger Schule. Ja, da hinten irgendwo. Hier so ne. Das ist wohl extra, ne? Eigentlich können wir gerne hingehen, aber dafür müssen wir jetzt da runter gehen. Können wir vielleicht später auch hingehen. Mal schauen, Leute. Ja. Wenn ich dazu Bock hab. Spaß, ja, können wir machen. So, Leute, wir machen mal jetzt mit Weitwinkel euch hier zeigen. Genau. Mal ein bisschen näher gehen. Sieht, glaube ich, besser aus, als jetzt Nahwinkel. Ja, also tagsüber schon. Am Start, ne? Spaß, ne? So, Leute. Äh, ich hab jetzt ein paar Werbungen hier bei Kanalberg geklatscht. Wie ihr seht hier, Bierrand 66. Was? Und Instagram. Und Instagram, äh, Bierrand NBG. Da war was drauf. Und na klar, unseren teuren Teser auch drauf geklatscht. Wie immer. Könnt gerne abchecken. Egal, ihr seid eh auf meinem Kanal, wieso solltet ihr das abchecken? Aber ihr könnt mein Instagram abchecken. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Jason, sein Kanal auch. Dankeschön. Und sein zweiter Kanal auch. Und sein Instagram nicht. Aber könnt ihr einfach abchecken. Oh, das fühlt sich so krass an, Digga. Ich weiß, dieses Papier ist so krass. Und sich selber anzufassen, fühlt sich doch immer so geil an. Und das hier. Oh, yeah. Ui, was war's. Oh, ja. Checkt ab. Ja, Leute. Wir gehen auf jeden Fall jetzt dann zu Jason. Weil wir müssen hier kurz mal die Uhren tauschen. Die Rolex, äh, krieg ich eine? Ja, Samsung oder Rolex und so. Ihr seht das dann später eh. Wir gehen dann einmal hier runter. Und danach zu Jason. Und danach zu mir. Und wir sehen uns gleich. Und kurz weg, dass hier noch eins natürlich ist. Also wie gesagt, checkt ab. Ist auch alles unten drin. Und somit sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Wir gehen jetzt den Berg runter. Tut mir leid, wenn es ein bisschen wackelt, weil wir sind auf dem Berg. Wieder da hoch. Wie sein Eis dir runterfällt. Loser. Du Fortnite-Kind. Wir gehen jetzt auf jeden Fall runter. Digga, ich spiel niemals Fortnite, ne? Ich spiel Fortnite nur für meinen Fans. Weil, der nimmt es auch auf, ne? Tut mir leid, Leute, wenn es ein bisschen ruckelt, weil wir sind auf dem Berg und hier ist es echt rutschig. Ui. Ja, bewegt dich mal, ne? So sieht es aus, Leute, hier. So, Leute. Tut mir leid, wenn es ruckelt oder sowas passiert oder backhält. Ich renne den Berg jetzt runter. Wir rennen von Jason weg. Der ist da. Renn einfach runter. Sport ist, glaube ich, nicht so dein Ding. Ja, Leute, es wackelt. Tut mir auf jeden Fall leid. Da fährt der Zug. Ui. Wie lang, Digga? Tschüss. Auf jeden Fall sind wir jetzt unten. Da ist Jason mit seinen Kamerern und mit seinem Eistee. Wir sind jetzt den ganzen Berg da runtergelaufen. Und hier sind wir jetzt angekommen. Da ist Fahrrad Fahrrad. Einfach Pavel. Oha. Und ja. Der fährt immer noch. So, Leute, jetzt gibt es einen Plan und Errung. Wir gehen erst zu Jason und danach zu mir. Genau. Und wir nehmen euch ja dann gleich immer mit. So, Leute. Wir sind jetzt bei Jason angekommen. Wir sind wieder mal bei seinem Aufzug. Mal bei seinem Luxusaufzug. Guck mal, wie schön das ist. Aber ich schon. Alter, mal so. Okay, ja. Druck mal da. So sieht das aus. Leute, wir sind wieder aufzug. Jetzt gehen wir zu mir. Wir haben jetzt die Uhr abgeholt. Jetzt gebe ich sein Uhr noch. Und noch Taschenrechte. Ja. So sieht das aus. Danke. So, Leute. Wir sind jetzt bei mir. Jason ist neben mir. Wir chillen ein bisschen bei mir. Ja, was haben wir? Ja, wir müssen noch Jacken ausziehen. Wir sind schon eine Stunde lang hier TikTok anschauen. Und auf jeden Fall gehe ich vielleicht gleich noch bei TikTok live. Checkt auf jeden Fall mein TikTok auch ab. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Neben mir ist wie immer Jason. Guckt auf sein Handy. Bearbeitet seine Video jetzt. Ich kann nicht mehr machen. Nein, du kannst einmal. Ja, mach du so einmal. Speicher und machst nochmal das Video dann nochmal auswählen. Und machst die anderen Teile noch rein. Bisschen schlau machen, ne? Ja, Leute. Ich habe ihm ein bisschen schneiden beigebracht, sag ich mal so. Und abonniert den Kanal gerne. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns bei einem ganz neuen Video oder bei einem ganz neuen Show-Video. Und abonniert mich. Habe ich schon gesagt, ne? Ja, hoffe ich mal. Ja, ich achte voll nicht darauf. Und wir sehen uns bei einem neuen Show-Video oder bei einem neuen Vlog, Leute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.